Die einzigartige Profi-Challenge im Let's Dance-Franchise fand am Freitagabend in Köln statt und die Tänzerinnen und Tänzer bewiesen, dass diese Einzigartigkeit auch auf sie zutrifft. Die Veranstaltung bot eine fulminante Show, die von klassischen Hollywood-Momenten über eine Feuershow von Massimo Sinato und Maria Maxina bis hin zu modernen, wilden Tanzeinlagen alles zu bieten hatte. Zu Beginn der Show erklärte Jurorin Mozi Mabuse, dass sie sich freue, ihre Profis an diesem Abend zu feiern. Sie empfahl allen Kindern und Jugendlichen in ihrer Tanzschule in Taunus bei Frankfurt, einzuschalten, um sich inspirieren zu lassen. Sie betonte, wie wichtig es sei, dass junge Menschen in den Tanzsaal gehen und irgendwann selbst erleben können, was bei Let's Dance gezeigt wird. An diesem Abend zeigte die Let's Dance-Familie, dass sie Wohlwollen gegenüber den Kollegen empfindet und nicht Konkurrenz. Die Tänzerin Alona Chumev sagte nach ihrer Performance. Es ist eine besondere Ehre, auf diesem Tanzparkett zusammen mit Zoll zu performen. Unsere Botschaft ist immer, dass wir für das Tanzen leben. Wir lieben es und es ist uns wichtig, dass die Zuschauer dasselbe erleben und fühlen können wie wir. Die Bremer Tänzer begeisterten das Publikum. Chef-Juror Joachim Jambi kommentierte ihre von dem Welthit Bambuleo der Gypsy Kings inspirierte Performance mit dem Titel Schicksal. Das war ganz großes Kino. Ihr habt den Saal mitgenommen, ihr habt uns mitgenommen, ihr wart voll im Tanz, ich fand's geil. Für Chumev war es etwas ganz Besonderes, überhaupt die Chance zu haben, um den Titel zu kämpfen. Als klar war, dass sie den Pokal gewonnen hatten, war der Jubel gigantisch. Sie erklärte in einem Interview nach dem Sieg. Wir tanzen jetzt schon so viele Jahre, haben Turniere getanzt, Turniere gewonnen. Aber das ist etwas ganz Besonderes. Danke an das Publikum für die Unterstützung, ohne euch hätten wir das nie geschafft. Tschäcke fügte hinzu, es ist so eine Ehre hier zu tanzen. Wir können nicht genug Dankeschön sagen. Das ist alles. Die beiden werden vorerst keinen Urlaub machen, denn sie haben einige Shows geplant.